Hallo, wir sind wieder zurück mit Sonic Boy in Monsterland. Yippiei, ha ha, hu. Ahem, na gut, lassen wir das. So, also wir machen weiter mit diesem Safe State. Und diesen rennenden Kackmäusen hier leckt mich allemal am Arsch. So. So, also, um nach Westen zu gehen, äh, um in die südliche Insel zu gehen, meine ich, gehe nach Westen und auf eine Wolke, sagt dieser mit der Elefant hier. Das hatten wir ja schon gesehen. Also, folglich werde ich wohl, ja, hier rechts geht's nicht weiter, werde ich wohl nach links müssen. Ja, sag mal. So. Jawohl, und sogar ein Herz bekommen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und auf die Wolke, ha, sehr gut. Oh je, das sieht wieder nach Sprungpassage aus. Hoppala, Entschuldigung. Das war ein Versehen, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Wollte eigentlich speichern, stattdessen habe ich speichern untergemacht. Aber das ist live, das kann passieren. So. Eine Harfe, juhu. Gott sei es gepriesen. Wir haben eine Harfe. Es bringt uns nichts, aber egal. Juhu, die südliche Insel von Poro, 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 Poro. Und ein hüpfender Kerl, wie geil. Na gut, das sieht noch nicht allzu schwierig aus hier. Aber wer weiß, was da noch kommt. Komm her, putz, 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 putz. Sehr schön. Ah, Krabbe. Krabbe mit. Ah, Krabbe mit. Oh, hier geht's noch nicht rein. So. Da kann man nichts machen. Auch schön. Nützt ja alles nichts. Dann müssen wir durch jetzt hier. So. Die machen wir auch noch fertig, oder? Oder? Nein. Ah. Na gut. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Donnermagie oder sowas? Na, die kann ich sicherlich noch... Au. Gut verwenden. Scheiße. Nein. Falscher Safe State. Und jetzt ist meine Donnermagie weg. Boah, scheiße. Also der hat Angriffskraft. Das habe ich schon gesehen. Uuuuh. Au. Oh, hey. Sag mal. Äh. Da. Was? Da. Äh. Da. 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 Das ist doch mal. Ja, okay. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Sprache war. Äh. Scheiße. Hey. Ey. 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 Und wir haben uns... Nein. Komm, ich will nicht mit dir kämpfen. Komm, wir machen auch gemeinsam hier alle platt. Oh mein Gott. Du mit deinem Schwert und... Nein. Lass mich in Ruhe. Wir machen gemeinsam alle platt. Du mit deinem Schwert und ich mit meinem rosa Schild. Komm. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Da. Jetzt reicht's aber. Jetzt... Jetzt mach ich ernst. Jetzt mach ich ernst. Jetzt mach ich aber ernst hier. So. Zack. Und bumm. Und au. Und... Komm jetzt endlich her, du. Schweinebacke. Schweinebacke? Ich krieg die Krise. Da hab ich ihn so oft getroffen. Und jetzt sowas. Also... Ich brauch echt dringend ne bessere Rüstung. Also mit der Rüstung geht dir mal gar nix. Äh. Jetzt... Entschuldigung. Jetzt muss ich den Safe State nochmal kurz ändern. Bin versehentlich... Wo drauf gekommen? Äh. So. Okay. Gott. Bin ich ein Amateur. So. Jetzt... Ey. Es kann doch nicht sein, dass ich hier fünf Minuten für diesen Scheiß-Kampf brauche. Mann. Jetzt lass mich endlich in Ruhe. Jetzt ist doch mal gut hier. Ah. Seht mich an. Ich bin ein blauer Ritter. Ich tanze schwul durch die Gegend. Juhu. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Du lernst mich kennen. Du lernst mich... Du lernst mich... Lass mich mal... Hör auf. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt aber. Jetzt mach ich dich... Wie will man das denn ohne Safe State schaffen? Ich hab doch bestimmt noch keine gute Rüstung, oder? Das liegt doch an der Rüstung. Ich hab doch bestimmt hier irgendwas versaut. Oh Gott. Ja, ich glaub noch ein Schlag, noch ein Schlag. Nein. Jetzt reicht's. Das schwindet. Nein. Entschuldigt, Leute. Aber... Das ist doch... Das ist doch heftig hier. Hör doch mal auf. Nein. Lass mich in Ruhe. Hör auf. Jetzt reicht's. Jetzt komm her, du. Ha. Oh Gott. War das peinlich. Geld. 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 Nein. Nein. Einen Fisch hab ich verpasst. Oh Gott. Juhu. Game over. Und wir dürfen wieder mal von vorne anfangen. Welcome to Monsterland. Ja, nix da. Oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Entschuldigt. Das hab ich vergessen zu speichern. Na, was sagst du jetzt, Arschloch? Na gut. So, wie geht's jetzt weiter? Müssen wir erst mal schauen. Ich bin doch ein bisschen durcheinander. Oh, nee. Das darf einfach nicht wahr sein. Komm her, Geisti, Geisti, Geisti. Komm her, Geisti, Geisti, Geisti. So. Also hier nach rechts geht's anscheinend schon mal nicht weiter. Oh Gott. Ey, jetzt geh doch mal von der Leiter weg. Geist du wohl mal von der Leiter weg? Ja, geh doch von der Leiter weg, Mensch. Lass mich in Frieden. Verdammt, da kommt man doch nicht drauf. Ich muss doch... Ich muss doch... Also jetzt bin ich gerade ein bisschen... Okay. Äh, ja, 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 ja. Probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, wenn das nicht funktioniert, weiß ich die Lösung. Nee, gut, okay. Da oben ist auch nix. Ja, aber jetzt fällt mir das wieder ein. Hehehe. Nein. Ich bin ein Vollidiot. Wir hatten ja hier noch diese Tür. Ich bin echt ein Vollidiot. Und Runde sieben. Juhu. Und wir dürfen mit einem und einem Dreiviertelherz in die achte Runde. Und null Leben. Oh. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Projektile. Projektile sind immer scheiße. Projektile sind kacke. Geister, die Projektile werfen, sind erst recht kacke. Au. Noch mehr Projektile. Noch mehr Geister. Noch mehr. Oh. Mein Gott. Game over. Oh. So. Schluss jetzt hier. Jetzt mache ich euch endgültig platt. Zwar euch alle. Wer entwickelt so ne Scheiße? Sega. Sega. Jetzt kenne ich den Grund dafür, warum Sega auf dem Konsolenmarkt keine Rolle mehr spielt. Wer so Spiele entwickelt, der hat es nicht anders verdient. So, jetzt aber. Komm. Komm. Jetzt fahr hier nicht so schwul rum. Lass mich einfach mal hier drauf. Okay? Geist. Oh Gott. Juhu. Ich habe eine Halskette. Wozu braucht man schon Energie? Energie ist ja was für Weicheier. Halskette. Halskette bringt's. Sammle eine Halskette und dir gehört die Welt. So. Oh mein Gott. Juhu. Und schon wieder Game over. Hey, jetzt lass mich doch mal. Das ist doch nicht wahr. Nein. Warte mal. Nein. Es ist doch nicht wahr. Nein. Oh Gott. Also. Also das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Ey, jetzt sagt mir nicht, dass ich... Ich will doch nicht alle Level nochmal machen. Ich bin jetzt so weit gekommen. Ne, also. Ich drehe hier gerade so ein bisschen am Rad. Nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Aber was soll's. Basschen Güte. Heute beweise ich mal wieder Gaming Skills von allererster Güte. Ey, das Spiel ist ja verteufelt schwer. Das hätte ich nie gedacht. Na gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich schau mal, ob ich irgendwie noch zurechtkomme mit der wenigen Energie, die ich habe. Bis zum nächsten Mal.